Herzlich Willkommen am 22. Oktober 2020. Was für ein schöner Tag, so viele. 22.10.2020. Hier herrscht ein geordnetes, sympathisches Chaos. Das ist der Beginn einer Dokumentation über ein Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich habe mir gedacht, bei dem, was jetzt so dieser Tage passiert, macht es Sinn, dass wir einfach mal einen Menschen begleiten, der in dieser Institution tätig ist. Und da habe ich gedacht, da kommt Silvia Pantl auf jeden Fall in Frage. Erstens kenne ich die, ich schätze sie und das ist jetzt an der Zeit, dass wir mal die nächsten Monate immer wieder schauen, was sie macht. Und einfach tagesbezogen und einfach mal Einblick nehmen in einen Menschen, der da sitzt und mit all den Nachrichten konfrontiert ist. Wie zum Beispiel, dass Jens Spahn jetzt Corona hat. Also sagen wir mal, guten Tag hier aus Urdenbach in Düsseldorf, aus dem Wahlkreisbüro von Silvia Pantl. Und bis ihr euch alle jetzt versammelt habt, ich zeige euch hier mal ein bisschen, wie es hier so aussieht. Und es ist nicht so, dass ich hier aus dem leeren Wahlkreisbüro berichte, sondern hier war eben ein Gast und der ist jetzt weg. Und ich sitze jetzt auf dem Stuhl, wo der Gast saß und vor mir ist Silvia Pantl in ihrem Wahlkreisbüro in Düsseldorf-Urdenbach. Und im Hintergrund sehen wir den Stefan Keller, der lächelt und der ist happy, der ist gewählt worden. Und Silvia, wir wollen uns einfach heute mit Blick auf den 22. Oktober beschränken. Da werden wir die noch viele weitere Tage haben, auch im nächsten Jahr. Wie geht es dir heute so? Ja, erstmal hallo zusammen. Mir geht es sehr gut. Und der Tag hat sehr früh begonnen, weil ich habe also heute eine Bürgersprechstunde wieder einberaumt. Und da wir Corona haben, habe ich die Leute immer nacheinander bestellt. Und ich bin heute Abend bestimmt so bis 20 Uhr beschäftigt. Hier mitten in so einem kuscheligen Fachwerkhaus, was du mit jemandem teilst, der dir das zur Verfügung gestellt hat. Ich finde es immer wieder sehr nett hier. Ich habe eben ein bisschen beobachtet, die Menschen haben ein echtes Bedürfnis, sich auch mitzuteilen mit ihren Problemen. Ja, sie möchten sich mitteilen. Sie möchten auch, dass ich die Probleme kenne. Und dann möchten sie auch, dass wir Lösungen finden. Und da ist im Moment eine ganze Menge zu tun. Ich habe gestern Abend in meinem Beitrag gesagt, in Deutschland herrscht schon eine komische Stimmung. Klar, der Virus ist allgegenwärtig. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber man hat so das Gefühl, die Streithähne teilen sogar ganze Familien. Die Diskussionen auch pro, contra und überhaupt. Das ist ja nicht neu. Haben wir auch schon bei der Asyldebatte. Aber das wird nicht besser. Nein, es ist aber auch eine sehr schwierige Lage. Und die Lage beschäftigt ja nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern derzeit die ganze Welt. Und jeder handhabt bestimmte Dinge anders. Ich kann nur sagen, es wird nicht alles richtig sein, was wir tun. Es werden auch sehr viele Fragezeichen aufgeworfen. Aber wir kennen den Virus nicht genau. Wir wissen nicht genau, wie verläuft die Krankheit. Wir wissen noch gar nicht genau, wie ist denn die Ansteckung. Und deshalb sind die Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen, sehr gut. Und was sich bewährt hat, und das hat jetzt auch gerade Corona gezeigt, ist, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Ich kenne noch die Kritik am Anfang. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Krankenkassen reduzieren, dass wir ein staatliches System kriegen. Wir sehen, wie es in staatlichen Systemen, gerade in anderen Ländern, nicht so gut funktioniert. Und insofern möchte ich hier ganz klar die Aussage treffen, die private Vorsorge und das private System und das staatliche System gemeinsam haben sehr gute Voraussetzungen geschaffen, dass wir eben auch die Krise so gut meistern. Ich will noch mal auf den Tag kommen. Der 22. Oktober 2020. Du bist ja jetzt in der zweiten Legislaturperiode im Bundestag. Hättest du dir vorstellen können, dass du nochmal solche herausfordernden Themen wie jetzt diese Weltkrise auch da auf den Tisch bekommst? Nein, ich glaube, das hat sich niemand vorstellen können. Und auch wenn man sieht, wie das, was einem lieb geworden war oder das, was Usus war die ganzen Jahre, das ist plötzlich alles weg. Also im Moment laufen die Uhren nach anderen Regeln, auch wenn die Minute noch 60 Sekunden hat. Aber es sind eben ganz viele Dinge, die ins Wanken gekommen sind. Und das, was gestern galt, gilt eben heute nicht. Und ich finde, dass unsere Bevölkerung hier sehr besonnen und gut mit der Situation umgeht, dass man kritische Fragen stellt, dass man seine Sorgen hat. Und dass eben auch nicht immer jede Entscheidung 100 Prozent richtig ist. Das liegt auf der Hand. Aber ich finde, dass wir das hier in Deutschland sehr gut machen. Als ich reinkam, hatte ich das Gefühl, du freust dich. Du hast ein paar gute Nachrichten bekommen, auch im Hinblick auf deine Arbeit. Und darf man ja auch mal sagen. Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Und zwar weiß der eine oder andere, der auch mich auf Facebook begleitet, dass ich gerade so ein bisschen, ja kann man sagen, den Krieg begonnen hatte gegen diese Kindersexpuppen, auch gegen Kindesmissbrauch. Und ich weiß ja, es ist nicht so einfach, in dem großen Bundestag geschehen, Gesetze zu beeinflussen oder bestimmte Dinge voranzubringen. Und deshalb hat es mich ganz besonders gefreut, dass die Kindersexpuppen, der Vertrieb, der Besitz und die Herstellung verboten wird. Auch, dass es von vorne herein genauso wie Kinderpornografie bestraft wird. Und das kann ich wirklich mit Fug und Recht sagen, habe ich von Anfang an nach vorne getrieben. Und da ist das sehr schön, wenn man sieht, dass die Arbeit auch Erfolg bringt. Ich treffe ganz viele Menschen, die sind verzagt, die sind pessimistisch. Bist du noch optimistisch? Ich bin sehr optimistisch. Und wenn wir uns wirklich mal umsehen. Wir können das Leid der anderen beklagen, ja. Aber ich empfehle jedem mal zu gucken, wie gut es uns unter schwierigen Voraussetzungen geht. Ich bin ein optimistischer Mensch. Und ich glaube, dass wir auch all das, was jetzt noch auf uns zukommt, gut meistern werden. Ein schönes Schlusswort. Silvia Pantl am 22. Oktober 2020. Und wir freuen uns auf die nächste Schaltung an einem der nächsten Tage in den nächsten Wochen. Wann geht es nach Berlin? Jetzt am Sonntagabend. Wir haben danach einige Sitzungswochen vor uns. Es wird sehr spannend werden. Und ich fahre Sonntagabend nach Berlin. Wir werden dich beobachten, Silvia. Alles Liebe und pass auf dich auf. Danke. Tschüss.